Bevor ein Reifen für ein Porsche-Fahrzeug eine Serienfreigabe erhält, muss er eine Reihe von Tests bestehen. Vor allen anderen Tests steht die subjektive Beurteilung eines Reifens durch einen Porsche-Testfahrer. Traditionsgemäß wird auf dem Nürburgring getestet. Die Nürburgring-Nordschleife gilt als die härteste Rennstrecke der Welt. Hier müssen die Reifen beweisen, was in ihnen steckt. Der Conti-Sportkontakt im Härtetest. Der neue 911er, Porsche intern 993 genannt, befindet sich hier noch in der Erprobungsphase. Die Tests werden deshalb auf einem getarnten Prototypen gefahren. Der Porsche-Testfahrer 1 mit Fahrzeug und Strecke kann die Sicherheitsreserven der Reifen genau beurteilen. Es wird überwiegend im Grenzbereich gefahren. Kritische Manöver werden bewusst eingeleitet. Die Tests werden überwiegend im Grenzbereich gefahren. An der geringen Lenkarbeit ist die Spurtreue und Fahrstabilität eines Reifens zu erkennen. Kontinental-Ingenieure und die Porsche-Fahrwerksentwicklung arbeiten eng zusammen, um die Reifen optimal auf das Fahrzeug abzustimmen. Der Conti-Sportkontakt CZ91, der für den neuen 911er eine Serienfreigabe erarbeiten soll, wird zum Vergleich auf anderen Porsche-Fahrzeugen, hier dem gelben 968 CS, für den bereits die Freigabe existiert, getestet. Die Tests werden überwiegend im Grenzbereich geändert. Ein Reifen, der nach einer solchen Tortur an die Boxen kommt, weist aufgrund der enormen Beanspruchung eine Temperatur von bis zu 120 Grad auf, was allerdings kaum Einfluss auf seine Fahreigenschaften haben sollte. Porsche Testfahrer und Conti-Ingenieur sind zufrieden. Der Conti-Sport-Kontakt hat alles bestens überstanden. Und die subjektive Beurteilung durch den Testfahrer, wie auch die später durchgeführten objektiven Tests, fallen überdurchschnittlich gut aus. Deshalb konnte sich der Conti-Sport-Kontakt CZ 91 für den neuen Porsche 911 qualifizieren. Diesen Reifen gibt es natürlich auch für andere Fahrzeuge. Ein großer Tag für den neuen Porsche 911 und den Conti-Sport-Kontakt. Walter Röhrl, der zweifache Rallye-Weltmeister, wird den endlich enttarnten 993 bereift mit dem Kontinentalreifen Probefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Offensichtlich hat man die Sprache in Sachen Mette-Sport-Kontakt der Spaß an dem optimal abgestimmten Gespann aus Porsche 911 und dem Conti Sportkontakt. Also ich konnte heute feststellen, dass der Conti-Reifen ganz toll mit dem neuen Fahrwerk des 993 harmoniert. Untertitelung des ZDF, 2020